Spannende Entwicklungen bei den Gladbacher Transfers Die Verhandlungen mit Wolverhampton über Nico Elwedi laufen schleppend. Doch schon bald könnten sich spannende Neuigkeiten ankündigen. Virkus könnte bereits den perfekten Ersatz für Elwedi gefunden haben, Maximilian Wöber von Leeds United. Ein mögliches Leihgeschäft ist im Gespräch, aber es gibt noch andere Optionen. Doch damit nicht genug. Ein aufstrebendes Talent namens Niklas Swider erhält in Gladbach eine beeindruckende Gehaltserhöhung und könnte bald sein Debüt geben. Mehrere andere Vereine sind bereits auf I.N. aufmerksam geworden, aber er wird langsam in die Profimannschaft integriert. Eine weitere interessante Entwicklung ist der mögliche Wechsel von Stefan Leiner zum FC Augsburg. Die Gespräche laufen gut, aber zunächst steht noch John Joe Kenny auf dem Radar der Fuggerstädter. Wenn das nicht klappt, könnte Leiner die beste Option sein. Und dann ist da noch Fabian Rieder, um den es viele Gerüchte gibt. Obwohl es im Moment keine Probleme zu geben scheint, sind sowohl Gladbacher als auch Vereine aus der Premier League an ihm interessiert. Spannend sind auch die Verhandlungen mit Jordan Torunariga, der als Verstärkung für die Abwehr geholt werden könnte. Die Gespräche scheinen gut voranzukommen und Torunariga selbst hat Interesse an einem Wechsel bekundet. Last but not least ist da noch Felix Uduokai vom FC Augsburg, der ebenfalls auf der Gladbacher Liste steht. Die Chancen stehen gut, denn Uduokai hat eine Vertragsverlängerung abgelehnt und der FCA müsste ihn noch in diesem Sommer verkaufen, um eine Ablösesumme zu erhalten. Man darf also gespannt sein, welche Angebote Gladbach machen wird. Die Fans können sich Mut machen und auf eine vielversprechende Zukunft hoffen. Was haltet ihr von diesen möglichen Neuverpflichtungen? Lassen Sie es uns in den Kommentaren wissen.